Glück auf Schalke, im heutigen Video geht es natürlich um Rafael Tonello, dem neuen sportlichen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Schalke 04 stellt seine LOL-Aktivitäten ein, all das in dem Video. Schreib mir natürlich zu allem gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare. Rafael Tonello ist der neue sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und gleichzeitig Top-Talente-Scout. Gestern kamen meine Nachrichten raus, dass Schober den Verein verlassen wird zum Sommer. Da gab es noch Gerüchte, wer der potenzielle Nachfolger sein könnte. Kurz darauf kamen bereits die News, Rafael Tonello wird die Person sein. Also alle, die irgendwie geschrieben haben, Büskens eventuell lagen falsch. Es ist Rafael Tonello und wer diese News schon aufrecht verfolgt, der wird wissen, den Namen haben wir doch schon mal irgendwo gehört. Wo war das nochmal richtig? Denn er ist einer der wichtigsten Mitglieder des Ben Manga Clans. Er gehört zu den Leuten, die Ben Manga unbedingt dabei haben wollte, wenn er sich Schalke am Ende wirklich, ich hätte fast gesagt, antut. Rafael Tonello war einer der Gründe, weswegen er gesagt hat, ich möchte nur unter diesen Voraussetzungen mitkommen. Denn er galt lange Zeit als quasi rechter Hand und so ist wenig verwunderlich, dass Tonello vor Schalke natürlich auch in Watford gearbeitet hat. Tonello wird ab jetzt zukünftig dann zuständig für die U17, die U19 und für die U23 sein. Der Vertrag mit Schober entfällt ab jetzt, denn Tonello beginnt bereits ab dem 1. April. Matthias Tillmann hat mit Schober geredet. Ich zitiere jetzt mal Tillmann. Wir haben uns lange und intensiv mit Matthias ausgetauscht. Ihm unsere Beweggründe dargelegt, erklärt, warum die Neustrukturierung im Sport und auch Auswirkungen auf das NLZ haben muss und welche neuen Impulse wir uns versprechen. So der CEO auf der offiziellen Schalker Seite. Natürlich ist Schober für einige Spieler zuständig gewesen, die auch jetzt erfolgreich sind. Keke Top, Asan Uedra Ogu, Malik Chao und weitere. Aber man wollte auf Schalke neue Wege gehen. Und auf der einen Seite kann ich das auch verstehen, weil neue Möglichkeiten vielleicht ausloten. Und man hat ja in diesem Mitgliederbrief gesagt, man möchte sich professionalisieren. Aber gleichzeitig könnte das auch ein Fingerzeig darauf sein, dass der Ben Manga Deal, der ja bei manchen mittlerweile schon als quasi off galt, noch nicht ganz so off ist, wie man das vielleicht vermutet. Denn der wird nicht umsonst zu uns kommen. Rafael Tonello war, wie gesagt, ein ganz klarer Wunsch von Ben Manga. Jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, die Mannschaft muss liefern. Wenn die Mannschaft liefert und relativ zeitnah zeigt, wir werden in der zweiten Liga nächste Saison spielen, dann könnte da wieder deutlich mehr gehen. Gleichzeitig wird Tonello auch sehr an der Kaderplanung für den Profikader beteiligt sein. Er wird eng mit Marc Wilmot zusammenarbeiten, was ich gut finde, weil Tonello soll ein unfassbar gutes Netzwerk haben. Und auch, ich nenne es mal, ein sehr gutes Auge haben. Das Gespür für junge Spieler, was wir brauchen, was meiner Meinung nach elementar ist. Die Knappenschmiede hat und hatte auch einen unfassbaren guten Ruf. Und ich glaube, wir müssen genau daran weiter arbeiten. Denn in den letzten Jahren, und das bekommen wir ja immer wieder mit, ist die Durchlässigkeit in dem Profikader sehr gering geworden. Sehr häufig sind die Spieler dann ins Ausland bzw. zu anderen Mannschaften in Deutschland gegangen. Und wir standen am Ende da, haben den Spieler ausgebildet und haben mehr oder minder in die Röhre geguckt, weil wir das Potenzial, was ein Spieler eventuell hatte, einfach nicht gesehen haben. Gleichzeitig soll er so ein bisschen die Schnittstelle, sage ich mal, sein. Er soll die Schnittstelle sein zwischen den Profis und den Jugendspielern. Und ich glaube, genau das ist eine Person, die wir auch einfach brauchen. Denn es gibt einfach Unterschiede. Es gibt Unterschiede zwischen dem Jugendfußball und dem Profifußball. Das hört man so häufig. Und so häufig sagen wir ja auch, ja, schick doch einfach die U19 dahin, wenn die Jungs mal wieder vorne richtig Mist spielen. Das sagt sich so leicht. Das Problem ist eigentlich, aber das ist noch was ganz anderes. Jugendfußball, Profifußball kannst du einfach nicht vergleichen. Und dementsprechend gibt es dort einfach ganz andere Strukturen nochmal. Dieses Bindeglied ist nun mal wichtig. Und ich glaube, dass Raphael Tornelo da wichtig und gute Arbeit leisten kann. Gleichzeitig kündigte Matthias Timmern auch an, dass so bei der U17, U23, aber auch U19, wobei, das ist relativ logisch, dass Norbert Elgert nicht den Verein verlassen wird, beziehungsweise, dass man ihn nicht feuert, keinen neuen Trainer bekommen werden. Das bedeutet, es wird überall gleich bleiben. Da wird es keine Veränderungen geben. Gleichzeitig sollen aber mehr Jugendspieler einen Profi-Vertrag bekommen. Momentan ist es ja nur Vitali Becker, der einen Vertrag bekommen hat. Timmern kündigte dort an, dass es dort weitere Jugendspieler gibt, die einen Vertrag für die Profis bekommen werden. Ebenso, laut Dirk Große-Schlamann, ist die Umstrukturierung insbesondere in der Scouting-Abteilung noch ganz am Anfang, hätte ich fast gesagt. Also da wird es noch einiges mehr geben. Die Mitarbeiter wurden dort bereits informiert, wo eventuell Veränderungen stattfinden könnten. Das hängt natürlich auch davon ab, wer denn als technischer Direktor noch kommen wird. Denn auch diese Position möchte man weiterhin noch besetzen. Wie gesagt, Ben Manga ist natürlich immer noch Ziel Nummer 1, auch wenn es da, laut mehreren Medienberichten, kein Automatismus gibt, dass das Ganze jetzt auf einmal dann umgesetzt wird, wenn XY erreicht ist. Da ist man also noch ein bisschen entfernt davon. Aber man sucht diese Position noch und davon hängt natürlich dann auch ab, was in der Scouting-Abteilung noch passiert, beziehungsweise nicht passiert. Der S04 beendet sein E-Sports-Engagement beim Spiel League of Legends und gleichzeitig hält man aber das EAFC-Engagement, was bei den meisten immer noch unter FIFA bekannt sein wird, weiterhin bei. Das gab der Verein gestern bekannt. 2016 hat man das Engagement begonnen, war dort einer der ersten Bundesligisten, galt da so ein bisschen als Pionier, hätte ich fast schon gesagt, und war dort auch über einige Jahre relativ erfolgreich. Hat dann auch einen Startplatz in der Loyal Champions League gehabt. Das hat man 2021 bereits verkauft, diesen Starterplatz, um eben so ein bisschen Geld zu bekommen. Hat sich dann auf die Top-Liga im nationalen Bereich eben fokussiert. Und jetzt möchte man das Ganze aber komplett ruhen lassen, man möchte das Ganze aufgeben, man möchte sich eben nur noch auf EAFC konzentrieren. Und gleichzeitig möchte man eben sein Hauptaugenmerk allgemein wieder mehr auf Fußball richten, was ich irgendwo auch verstehen kann. Auf der einen Seite war das eine gute Sache und ist auch eine gute Sache, wenn man E-Sports weiter implementiert. Allerdings muss man sagen, es darf halt nie dann wirklich so weit kommen, dass das so viel kostet an Arbeit, so viel kostet an Aufmerksamkeit, dass der Hauptaugenmerk Fußball so ein wenig verloren geht. Und ich glaube, wir haben momentan ganz andere Probleme. Deswegen so ein bisschen mehr Fokus auf den Profi- und Nachwuchsfußball kann ich absolut verstehen. Und dann muss jeder für sich selber wissen, ob er das jetzt wirklich gut findet oder eher schlecht. Schreib mir deine Meinung gerne unten in die Kommentare. Das waren die News für heute. Morgen gibt es dann den Vorbericht zum Spiel. Ich bin sehr gespannt, was du alles so schreibst. Bis morgen. Mal schauen. lengstiftart